Ich muss auch daran denken, immer wieder auf dem Handy dann das Bargeld abzuheben, weil das tickt nicht weiter. Also gehe ich zumindest von aus. Das ist erst wie der tickt, sobald man, sobald es abgeholt wurde. Kennt ich da? Danke. Das ist nicht dein Kind der Platz, Bass. Was ist das Haken? Der Bier ist schrecklich und ich bin der beste looking motherfucker in hier. Look, you may think it's time to kick back, but I'm done toying with these bastards. I want Loren and I want him now. So where is he? No idea. But 10K says he's hiding out in that big ass skyscraper. Now, Loren's a tactician. He's not gonna hole up in a building that screams I'm a criminal mastermind. I need something concrete. To hit a powder. I don't have time for a stripper. No, powder's a designer gun store downtown. I saw some of Loren's thugs talking to the owner. There's gotta be something there. Alright, let's go shopping. Hört sich noch eine Spur an. Wo ist mein Wagen? Da ist der Wagen. Kommt er auch mit oder fahre ich jetzt alleine da hin? Ich glaube, ich fahre alleine da hin. Wow, das war nur die Cutscene? Achso, vielleicht muss ich mich vorbereiten. Also theoretisch. Irgendwie haben die Fahrzeuge aber Soundbugs. Ich höre nix von dem. So, höre ich was. Oh, lol. Das ist ein Superstart. Jetzt rückwärts funktioniert auch, aber beim Vorwärtsfaden. Oh, jetzt langsam. Ein bisschen höre ich. Ein bisschen höre ich. Macht aber gar keine Geräusche. Okay, powder. Tampons haben die nicht als Tampons übersetzt? Sondern Ohrstöpsel? Weird. Was dreht das Lager? Komm, komm, komm. Da sind doch noch mehr von euch. Ah, da. Ah, da. Fuck, ich wollte gerade sagen, vielleicht war ich hier die Shotgun besser. Oh, fuck, ich dachte, das Regal gibt mir mehr. Ich gehe zu dem Office und sehe, ob sie unter der Tasche schmieden sind. Ist er da? Sieht gut aus. Ich hoffe, ich habe genug Geld. Ah, okay. Mehr als 300 Schuss noch. Okay, wie komme ich da hoch? Achso, ich muss wahrscheinlich hier. Und ne Minigun auch noch. Ja, leck mich doch. Okay, mit der, mit der voll aufge, aufgemotzten Pistole geht das. Oh, warte. Aus dem Weg, Schandi. Okay, jetzt ist er beeindruckend. Ich bin beeindruckt. Wo, da müsste noch noch jemand sein, oder nicht? Ich bin nicht auf dem Weg, Will. Ich bin nicht auf dem Weg, Will. Oh Gott, das Ding ist aber mega langsam. Holy shit. Ich sprangte bereits. Und dann kann ich nicht schießen. Okay, ab der Ecke schießen wir wieder. Oh, Moli, das sind ein paar. Ach lol, das war es schon komplett schade. Also ja, es sind viele Schuss, aber... Killt die leider nicht so gut. Gezielte Schüsse sind da besser. Oh shit, da sind ja noch mehr. Ich dachte, alle roten Punkte wären weg. Die sind auch weg, aber die sind einfach zu weit weg. Es sieht aus, dass sie uns nicht in die Flasche kommen wollen. Wir geben ihnen keine Wahl. Nächster, Boss! Ich glaube, der Manager hat sich ausgeschlossen. Ich bekomme, was ich aus dem Computer kann. Ach, ich soll wahrscheinlich die Stellung halten. Naja, die anderen Arschlüsse brauchen, die sich unterhalten. Ich glaube, ich habe einen fetten Schuss abbekommen. Ach shit, den wollte ich noch haben. Nimm Pott aufs Korn, super. Hat gut Geld gegeben. Rodenangriff, F. Schnell an Nahkampf. Okay. Aber Geld haben wir noch nicht. Das belgische Problem. Zum Hopsquartier. Wir haben lange genug gewartet. Jetzt gehen wir nach Lorenz. Es wird nicht einfach sein. Die ganze Tauere muss sich schrauben, wo die Morgen sind. Seit wann haben wir Dinge den einfachen Weg gemacht? Wahrscheinlich. Also was ist der Plan? Kiebe alle, die wir sehen, und lösen Lorenz. Macht Sinn. Vielleicht in der Pottonhaus. Ich kenne Sean D. Sean D., es ist Zeit. Sag mir, wo wir sind. Wir treffen uns in der Pottonhaus. Ich werde diesen Scheiß töten. Keine Frage, er wird nicht wegwerfen. Du wirst deinen Scheiß nicht wegwerfen. Okay, wenn ich einen Friendly Fire auf dem Weg habe, würde ich gerne Money kaufen und ansonsten natürlich Geschäfte, die auf dem Weg sind. Kann auch nicht schaden. Jetzt, wo wir ein bisschen wieder an Bargeld haben. Da haben wir doch ein Geschäft. War das ein Porsche? Hotel für 1000, ja. Wie viel gibt uns das? 100 pro Stunde. Also nach 10 Stunden hat es sich wieder amortisiert. Seid ihr mir einfach ein Mittelfinger? Was seid ihr für Poser, Jungs? Ihr müsstet auf mich schießen. Ich bin der Boss des Saints. Das sind wir. Das könnte der Kronatwörfer sein. Was seid ihr sicher? Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Wir nehmen uns ganze Syndicate. Ich denke, wir müssen ein bisschen mehr als zu töten. Warum haben wir einen Bum? Ich bin für dich. Ich bin für dich. Wir töten alle in da. Lorenz? Als wir sicher haben, dass die Bewerbungen klar sind, werden sie es in fahren. Wie viele Mal werden wir den Bum? Wie lange dauert es, um dort zu kommen? Ich habe es nur gefragt. Schau ihn für Lorenz und seine Güte. Ich glaube, das wäre dann der Kronatwerfer, den Sean-Dieter bekommen hat. Wird den hier ausgerüstet? Natürlich nicht. Aber dann gehe ich davon aus, dass wir nach der Mission offiziell den Kronatwerfer auch benutzen dürfen. Aber nein, auf die AK habe ich leider keinen Zug. Das wäre ein Geschäft gewesen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt kaufen kann. Ich befinde mich ja im Auftrag. Wobei bei Pierce hat es auch geklappt. Okay. Natürlich. Oh. Bauerweite müssen wir jetzt nicht killen. Oh fuck, big guy? Das hat ihn nicht gestört. Oh fuck, big guy? Ich kann das all den Tag machen. Oh fuck, big guy. Ich kann das all den Tag machen. Hier ist unsere Erkrankung. Ich kann das jetzt nicht mehr. Ich kann das jetzt nicht mehr. Ach, die Bombe scharf. Okay, da kommt doch nicht mehr. Bombe scharf. Okay, da kommt doch nicht mehr. Bombe scharf. Was hast du getan? Es war nicht ich. Es war einfach nicht. Es war einfach nicht. Hast du schon erwartet, zwei Bosse zu meinem Auto zu finden, wo ich ihn verhörte? Bollocks. Bord was? Hat er Bord was gesagt, oder habe ich nicht mehr gehört? Haben die hier auch Muni? Muni? Poli, Sniper. Ja, die haben Muni. Die Muni muss ich aufnehmen. Sonst habe ich schnell ein Problem. Ich weiß ja nicht, ob die anderen schauen, die uns so auch die Muni aufsammeln. Zwei haben wir noch, aber ich sehe sie nicht. Ach, über uns. Shit. Oh shit, oh shit. Mani Gun Boy. Eieiei, das hat gesessen. Ist das ein Flammenwerfer? Ja, warte, wir haben auch... ... Ach stimmt, die hat Brand Muni, oder? Okay, die Brand Muni ist natürlich mega geil dann gegen den. Geh die Treppe hoch. Ja, die hat Brand Muni. Super. Nämlich die... Ich mal gucken, ob ich die Muni auch aufnehme, wenn ich die Pistole nicht ausgerüstet hab. ... 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 Die Waffe kann ich nicht wechseln. Könnte es weitergehen? Ach, da unten. Das ist nicht Olek. Ich kann mich auch nicht bewegen. Oh ja. Ist der jetzt auch safe tot oder gab es da irgendwie ein Loch, in dem er jetzt gelandet ist? Oh, das ist eine große St. Crispin's Day-Joke in hier irgendwo. Zeit, um dieses Ort zu hell zu blicken. Ich hörte dieses Ort mehr als jeder, aber es wäre toll, um Philipps Forschung zu zerstören, ohne zu sehen, was wir von ihm haben können. Wir kamen hier, um eine Message zu senden, nicht wahr? Warum nicht das Gebäude für dich? Dein Wahl hier, Boss. Olek hat gute, gute Argumente gebracht. Wie hieß dieses Spiel, Katamari? Mit dem Ball, der alles aufsammelt und größer und größer wird. Das belgische Problem. Geschafft. Ich glaube nicht, dass der tot ist. Aber ich glaube auch nicht, dass Johnny tot ist. Und dann haben die was von Bärding und gesagt und bla bla bla. Mal gucken. Bonus Bargeld für die Übernahme des Morgenstern Hauptquartiers bekommst du 10% Bonus auf das gesamte verdiente Bargeld. Waffe RC Possessor. Mit dem RC Possessor kannst du Zivilfahrzeuge fernsteuern. Er ist jetzt ein Waffenbarger, denn es ist verfügbar. Deine ist ja egal. Er ist. Umst du. Ich finde es, Olek, in Telefon, meine Nüter dieses Handys. Er ist hier, der Insel. Bei Kämpfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017